hallo und herzlich willkommen zu uns für gefolgen TTT auf dem Konfigkanal zu Rooftops Migration aus dem letzten Part hallo 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 mit strammen p mit strammen p was nennt man im Osten so ein stramme p hey hey B zu dem A zu dem L zu dem S zu dem A Turm nicht hochgehen Bernie geh runter geh runter weg mit dir Nein darfst du nicht tschau Bernie was hast du da hochgeschmissen du Wichse oh ein raffer mann Kopa als hast du den schlitter das ist fein gemacht ey Jungs hat ihr das Jungs siegt Jungs siegt Jungs 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 ich versuch den Wagen von Jungs abzuschießen wenn ich tot bin der ist die Kopa wenn ich tot bin der ist die Kopa Leute ich komm nicht mehr runter alter fuck my life komm der Koffer ich wurde grad besniperd mit ner Poison Gun das ist kein Spaß ey Poison Gun ich hab gesniperd ich hab immer noch gesniperd warum ballert ihr alle auf wie ich bin Eno lol ich kann als Trader hier oben nix mal machen nix mal was machen hört auf zum Sniper alle schießen sie auf Jungs ich bin Eno ihr Wichser hev Jungs können hätte über das überlebt vielleicht wenn er richtig gelandet wäre Hallo? Keine Ahnung Häuser Da oben ist ein Schatten im Turm Na ich bin im Turm Du bist der Schatten Boah Sub, ich hätte das fast abgeleitet Das hättest du tatsächlich nicht, komm mal vorbei Ich bin nämlich Traitor, ich muss dich jetzt wegshotten Finde ich nicht gut Guck ich werfe jetzt hier eine Smoke zur Verwirrung rein, dass du mich nicht siehst Ja Ich schmeiß eine Incidery rein, damit du nicht reingehen kannst Ja, das ist okay Oh Ist da totgestürzt Bist du ab? Nein, nicht ernsthaft Nee, oder? Das ist passiert, Kopa Ich habe gesagt, ich schmeiß eine Incidery, dann habe ich eine Disco runtergeschmissen Aber ins Haus, das war auf der zweiten Etage oder so Und vielleicht hat es die Tür geöffnet und wurde weggeschleudert Oh Ich habe die Tür geöffnet Auf Kopa Ich bin da Kann mal jemanden weniger laut snacken bitte? Ach was, er braucht schon tot Guck mal doch auf Was Auf zu fressen Auaa, da oben Ich fress doch gar nicht drüber ab. Alter. Der Bernie warst du auch? Was? Und ich hab mich schon gefragt, wie Bernie gestorben ist. Ich hab Ausschlussverfahren gemacht. Ich hab Radar gekauft und ihn weggesnackt. Ja, vielleicht ist Sub auch Traitor. Ja, das war mir egal. Das war okay, einfach draus. Ich gewinn also, ich bin hier hin. Für meine Leute haben die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Traitor dabei ist. Ich war Traitor. Ja, aber das kannst du ihm nicht übernehmen. Ihr wart nur noch zu dritt. Weshalb wüsste das keiner? Ähm, Sub, war das irgendwie so, dass du wirklich die Tür geöffnet und wurdest da weggeschaltet? Nein, ich stand hinter dem Turm. Ich hätte auch auf dich geschossen. Und die Discombo, die hat mich auf den Rand von der Mauer hochgeworfen. Und dann bin ich da runtergerutscht. Oh, bitte. Also, ich bitte. Mach's mal bitte. Aber, aber ich hätte aus Rafa's Sicht ja auch, weil Bern ja auch nichts mehr gesagt. Das ist aber der Normale. Da musst du echt versuchen, den zu überzeugen in Detective Bern. Hat Daniel den Krabbel noch? Was soll ich machen? Ja, ich hab... Fliegen noch drei Leute, ich guck aufs Radar. Das hätt ich auch gemacht. Ich hab's auch gemacht. Ich hab's auch gemacht. Ich hab's dir anders gemacht. Ich hab dann nur geschrieben, Sub warst du Traitor. Und dann hat der Ja geschrieben. Dann war's lustig. Das war eigentlich lustig. Wer hat eigentlich alles auf meinen Wagen geschossen? Hat jeder auf meinen Wagen geschossen? Ich, ich, ich. Ich hab mit einer Thriller Gun auf dich geschossen. Aber irgendwie... Nee, das ist nicht angekommen. Das glaub ich nicht. Das wär lustig. Oder war das die Poison Gun, die ich gehört hab? Kann sein. Das war bestimmt die Poison Gun. Kann sein. Was soll das, dass du da oben in der Luft anfängst zu tanzen oder dann tanzen runterfließt? Ja, das war mega. Das war geil gewesen. Das wär lustig gewesen. Aber Junge macht's ja nicht mit für die Aufnahme, ey. Puh. Ja, genau. Echt, ey. Der schlimme Junge, ey. Wie kann er nur? Schreibt mal alle hate me at ham-burger-jung auf Twitter, ey. Ich wurde von Daniel mit Füßen getreten. Little Peasant. Ha, die Outlast-Style, oder wat? Na... Puh. Eher so... Ich war so sein Fußabtreter, oder so. Hat mal... Hat mal eine Landung ein bisschen verweicht. Verweicht? Verweicht. Verweicht. Okay. So weichspieler, ne? So weichspieler, ne? So weichspieler auf deine Schuhe gepackt und dann war die Landung weicher. Ja. Hä, macht man das nicht immer so? Normal. Ja, mach mal, Rafa. Rafa, mach erstmal ein Video davon. Ne, Rafa, mach so einen Facebook-Livestream und so, dann sieht man so wie seine Beine... Henry-Life-Life-Hack-Test. Genau. Springt da runter, bricht sich so beide Beine und dann kommen sie erstmal die ganze Zeit Herz und so im Facebook-Livestream. LOL. Hahaha. Hat sie die Beine gebrochen, jawohl. Ist das ein grausamer Ort? GG, at least you tried. GG. Good job. Good job. Good job. Hallo Bernie. Love you. Do it again, please. Hey, nicht... Bernie, nicht mehr, dass die glauben... Der Junge ist die ganze Zeit ruhig, der ist bestimmt konzentriert oder Traitor ist. Nur mal so ne Frage, warum sagst du zum Detektiv direkt? Oder Tod. Oder Tod. Bernie, nur mal so ne Frage. Weil Bernie Traitor ist. Weil Bernie hat Jung gesnipet und jetzt regt sich Jung wieder auf, weil er wieder von Bernie getötet wurde. Und so weiter. Und so weiter. Wo fall ich denn hier heute überall runter, verfickte Bummsscheiß, ey? Ich wollte mich eigentlich nicht mehr aufregen, aber manchmal muss es einfach raus, ey. Verfickte Bummsscheiß. Manchmal muss man es einfach raus. Ja, manchmal muss man es einfach raus. Hey Daniel, kannst du dir noch nen Radar kaufen? Theoretisch. Dann tu das mal bitte, wir wollen wissen, ob Jung tot ist oder nicht. Mach ich gleich. Ich muss noch kurz mal Sicherheitshaber landen. Wenn er jetzt nichts sagt, dann ist er Traitor. Ähm, ich hab noch vier Punkte. Okay, dann ist er tot. Oder Disguised, der Traitor. Oder Disguised. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass es Bernie ist, weil der auch mit ner Deagle dann auf mich gezielt hat, als hätte er ne Thomas oder so. Wahrscheinlich hat er ne Thomas. Was ist das für ein sexy Bild hier? Ist das der Guy aus Half-Life oder? Ich hab keine Ahnung. Moin Moin und Hallo. Was geht? Alles klar bei dir. Ne, ist er nicht, oder? Ne, das ist doch nicht der Half-Life-Guy. Ist das normal, dass hier im Haus Blut rumliegt, oder? Im Haus. Sonst war da nämlich... Es lag so hier Blut... Ne, ne, das ist Jungs Leiche hier. Glaub ich. Oder wurde hier weggenommen. Weil hier liegt ne Schrotze, hier liegt ne Smoke und bisschen Blut. Interessant. Für mich ist es eigentlich safe, Bernie, weil das ich halt auch nicht werde. Ja, confirm. Ja, Bernie, Bernie. Rapper, Rapper, Sid. Rapper ist auf. Rapper ist der Zweite. Los, Bernie, treffen! Ja, Bernie schießt da schon auf mich, der ist oben auf den Doppeltürmen. Ha, Bernie. WUH, WUH! Ich bin sogar noch runter gefallen. Das war n Headshot, Kopa! Das war n Headshot! Das war n Headshot! Das war n Headshot! Das war n Headshot! Der hat keinen Mix beim Stehraben gemacht. Es war so, ich bin direkt gespawnt und gestorben. Ich bin auch im Fallen gespawnt, aber ich bin dann noch hochgebracht. Ich spring raus, seh der Raffer, wechsle auf die Diegel und beim Mutterfallen geb ich noch nen Diegel-Headshot. Aber ihr liebt ja jetzt alle, oder? Ja. Auch mit dem Treffen so manchmal und so, irgendwie scheint's halt nen Dapporten zu haben. Nur mal so ne Frage, Benni, hattest du nen Thomas? Hä? Moment mal. Warte mal eben, killt mich mal eben nicht, ich steh grad rum. Wenn ich als Detective in den Shop gehe, da steht Body-Armor. You are already carrying this item. Ich hab aber noch zwei Credits übrig. Ich hab nix gekauft. Oh, das war jetzt so verwir- äh, so f- so, oh, so verlocken. Kraftverstand grad genau in dem exklusiven Fass, oh, ich muss mich zusammenreißen. Dem da? Benni, kannst du so nen Schiss auch mal machen, wenn du mit mir Traitor bist? Das wär ziemlich cool. Kann er sein, wenn er mit mir Traitor ist. Oh, ich hab sogar gecallt, dass Benni weggesnaped hat und der Junge sich wieder aufregt, weil Benni wieder nur geil bei ihm ist. Ich hab ihn nicht aufgeregt, er hat mich ja weggeballert instant, aber er macht's halt nie, wenn ich mit ihm Traitor bin, das regt mich ab. Das mein ich halt, auf die Weise, dieses klassische. Okay, da war ne CD, die hab ich gerade aufgeregt. Und drückt dann One-Click Daniel. Hi. Feuer! Feuersalam, Mann. So große Feuerball, Junge. So große Feuerball, Junge. LoL, what the f- Hey, 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 hey. Wer hat dies, Junge, hast du dies fast so heftig weggeschmissen, ey? Ich weiß es gerade selber nicht, das ist, das ist grad so gefährlich. Noll, guck dich Mülltonne an! Hast du das gesehen? Ja, das ist es. Jungs, ich bin da hier im Turm, bitte nicht hochkommen. eine cd franzer bieb wohnen bei mir bei mir wo ist denn, bei, wo ist denn bei Kupa ich sehe nichts da ist ja auch keiner Kupa da bist du dich nicht boh, lässt sich von mir noch so verarschen, du Bob, ey hast du um deine Fenster auf hier treff ich? nein, das ist doch ein Bolator oh Gott oh Gott, ich bin runtergefallen wenn sie die Flammen runter regnen oh, Zapp Zapp hat irgendwas in der Hand gehabt, gerade eine Pistole auf mich geballert Zapp, Zapp Traitor doch, du hast doch nichts, Thomas ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, Zapp hat auf irgendeine Pistole gewechselt KOS doch, das war, das war too much ja, Zapp kommt mit der Shotgun auf mich zu nein, ich geh, ciao ich gucke auch in die Luft, ich schieß keinen an nein, das, Kupa, du hast das gesehen, oder? ja, ich hab gesehen, dass wir auf eine Pistole gewechselt ich hab glaub ich sogar den ja, Kupa als Traitor ist klar, dass der ja sagt weil er dann Inno-Senten, alle auf den Inno-Senten heizen würde ja, ja, ok ich hab's gesehen mach dir mal, weil ich hab's nicht gesehen ich glaub ich hab nur den Inno-Sound gehört äh, Daniel kommt, verpiss dich bitte danke verpiss dich bitte, so mega nett lebe's auch noch? darf ich kurz vorbeigehen? ja, lebe noch Bernie? ja, ich lebe auch noch du musst ein bisschen mehr reden, Bernie rede, 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 rede eins, zwei, drei wow, wow Zapp, Zapp stieß schon auf mich, Zapp schieß auf mich ja, Klosch stieß ich auf dich ich hab's abgekillt bitte mein Gott what the fuck Kupa Kupa hat geschützt mega hart ich hab's gesehen Jung, du hast es gesagt, ich hab's auch gesehen er hat auf die Pistole gewechselt ich schwör's ja, ich ja, das stimmt eigentlich ich kann Kupa nicht 100% confirm tut mir leid tut mir leid ich hab auch nicht auf ihn geschossen das tut mir mega leid, Zapp, sorry also wirklich ich hätte das so ausgenutzt und ich hätte ihn auch niederge... sofort niedergeknallt oder so das ist vorwaltig ähm, darf ich mal da hoch? ich war mir eigentlich ziemlich sicher Waffe ja, das klappt ihr nicht um nicht Nee, nee, nee was muss ich mitmachen, oder was? na, nicht guck' nur alles gut ja, ich wart' auf Bernie, dass der runterkommt ich hab so wie wir haben nicht nur guckt, warum du da so die durchstanden und die Kitzchen guckst ja, ich äh, wollte auch umge... bin auch umge... ne, ich hab so umgeguckt die leider auch ok Bernie! aber der sacht ja nie was du hast heute einen stumm tag wieder ja wir wissen nie ob du tot bist oder nicht das wird schon mal helfen dich so ein bisschen an der beteiligung die nimmt er nicht macht mich jetzt bestimmt ja und prüfen inno macht ich ja gut wenn du da bist wenn er es gesehen hat im spectator aber er schießt nicht auf dich und deshalb macht er mich jetzt aber er schießt nicht auf dich es hat geht straight das hat läuft einfach nur hin und her okay aus oben auf dem turm bernis bernisch ist der glaube ich meine richtung geschossen das ist nicht glaubt bei mir eingeschlagen der zweite ist ich hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn ich hab einfach daneben geballert wie ist bernie wie kommt bernie da auch immer hoch alter ja aber ich komme da irgendwie nicht mehr hoch immer mal irgendetwas hier gibt immer da 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 oh mein gott der wirft da brandt hin es ist oberteile leute versteckt euch aber trotzdem das ist aber trotzdem noch ein zwei der schießt ich habe drei leben oder weg Sorry, Daniel. Komm her, Daniel, komm her. Hinter dir. Peek nochmal. Sei froh, dass es kein Headshot war, ey. Peek nochmal. Danke. Zub, Zub, Zub. Zub kann nichts mehr reden. Warte, Bernie. Komm. Ja, ich kann nichts, ich hab bloß zur Sicht nichts für geschehen. Ja, du musst halt irgendwie was machen, nicht die ganze Zeit die Runde. Du hast wie ein Observer, anstatt einen Traitor. Sorry, Zub, ey. Ich hab echt gedacht, du auf Koopa geschossen hast du süß bist. Ich hab aber 100%, ich schwör auf mein Leben, ich hab gesehen, wie Zub auf die Pistole gewechselt ist. Ja. Aber ich dachte kurz. Du hast mich mit einer Pistole eingeguckt, das kannst du nicht teilen. Ja. Ich hab dann gemacht. Deswegen, ich war super verwirrt, weil ich erst mal dachte so, ich wollte erst mal Sub-Core halten. Und dann sagtest du so, Moment, das ist ein Traitor. Weißt du noch, als du mich so bei Kakariko mit der Frag so rein reiten wolltest? Das wollte ich auch mal ein bisschen spielen. Ach so. Das, aber du hast dich doch selber reingereitet. Ja, aber trotzdem. Du hast die Minuspute gekriegt. Äh, Bernie, das machen wir nicht auf... Bernie, stopp, stopp. Mann. Wir haben gesagt, dass wir das nicht auf Wooftops machen. Jetzt kommen wir da nicht mehr hin. Was hat er gemacht? Was denn? Ja, er hat die... Die Platten... Die Planken da eingehauen. Das haben wir mal eingefragt. Okay, äh, will der da mal weggehen von dem Fass? Und Jun, du weißt doch, dass ich das in letzter Zeit öfter mit dir mache. Ja, aber das war halt so... Ah, das war so... Ich hab's mittlerweile perfektioniert. Hab das schon so oft mit dir gemacht. Das Eier gestorben. Das Eier gestorben. Okay, wo? Wurde einer weggeschrotzt. Ja, ähm... Da! Da wurde... Der wurde runtergeworfen! Wem? Zapp hat den. Okay. Alles gut, ich bin hier. Daniel war's. Alles gut, Zapp. Alles gut. Daniel war der Traitor und Zapp... Äh, Jungs confirmed? Zapp? Nee, Jungs hab ich nix gemacht. Danke. Ich hab den gecallt. Okay, also... Ja, es ist so halb confirmed. Wen hat der gecallt? Rafa? Nee, ich leb noch. Ich leb noch. Und Bernie ist confirmed dead, weil ich ja Daniel confirmed hab, bis er dann... Ja. Also für mich ist es entweder Copa oder Jung. Aber Jung ist der... Provener für mich. Deswegen hab ich ja... Deswegen hab ich ja gefragt, ob Jung Provener oder Jung Provener gewesen wäre, dann hätte ich Rafa angreifen können. Ich hatte halt Angst, weil ich wusste, da ist noch ein anderer, dass ich auf den falschen schieße. Hallo, Junge. Hallo, Kupo. Hallo, Kupo. Hallo, Kupo. Ich hab schon der Insel. Pfff. Wurde sein... Mordenschlag gerade auf mich. Ich glaube schon. Was denn? Was war das? Incentary hab ich da einfach hingeworfen. Ich bin so unter dem Masse-Turm, danke. Ja. Ich bin grad lang. Ey, ich wollte das fast wegen mir machen mit der Incentary. Das war nicht gewollt. Das war ich. Was hat er grad... Was hat er grad nachgeladen? Ich. Er ist auch irgendwas runtergefangen. Aber... Kein Mensch. Ich dachte da ist einer oder das ist nur ne Pflanze. Oh Gott. Hallo. Ich bin eine Pflanze. Woah. Woah ey, wer... Irgendjemand hat auf mich ne Discom geworfen. Der wollte mich... Also ich kanns nicht gewesen sein. Der läuft da unten weg. Ne, ich bin das. Ich bin das hier. Was denn? Du hast auf mich ne Discom geworfen. Du wirst mich kippen. Ich bin gar nicht. What the fuck? Ich bin hier grade hochgekommen. What the fuck? Ich kann nicht mal da hinten weg. Wenn... Wenn... Wenn Cooper nicht die Discom geworfen hat, dann weiß er ja automatisch das dann... Ich war da. Ich hab nicht geschossen. Ja, ich... Das war ein Reaktionsschuss. Du brauchst gar nicht so wieder triggert sein. Das macht dich nur... Das macht dich nur... Ich hab nicht... Ich hab hier angeschossen, obwohl ich nicht geschossen hab. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Das war ein Reaktions-Klick hab ich grad gesagt. Ich hab 78 Leben. Ja, ist ja auch alles gut. Aber ich hab 78 Leben. Ich hab ja auch ein Gehirn. Ja, dann hab ich dich halt angekratzt. Also für mich ist es jung. Ich mach ihn jetzt, wenn ich ihn seh. Cooper kann die Discom nicht geworfen haben. Es war eindeutig Mord anstrengend. Alles klar, okay. Jetzt bin ich ja fast durchgekehrt. Die Zeitung. The Times. Earth surrenders. Wallace Breen deklärt Interim Administrator. Hier war ich ja noch nie, ey. Was denn das? Nee, was passiert. 7-Hour-War ends. In combined victory. Der wird geschossen. Okay, da hat irgendjemand ne Fenster aufgestrotzt oder so. Rafa noch da. Ja, ich lebe noch. Der Junge noch da. Ich werd mich natürlich nicht mehr zeigen. Ich hab keine Sniper. Hm. Ich zeig mich dir gegenüber nicht mehr, Rafa. Ja. Das ist doch besser für dich. Ich hätte dich wegmachen sollen. Du bist locker Traitor. Ich bin der Traitor. Kein anderer konnte die Disco werfen. Ja. Dann wirst du aber ganz schön dumm gucken, wenn ich tot bin. Und Inno bin. Ah, dann mach ich Cooper weg. Ja. 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 Wie hab ich mich erschrocken. Ich hab gedacht. Du bist die Junge. Ich hätt dich fast weggemacht. Ich hab gedacht, du bist die Junge. Wer ist da? Oh. Friendship Beam of me. Oder? Null. Hä? Ja, ich glaube der ist voll auf mich. Ich hab nämlich ein kleines Selfpistelchen. Ja, der ist voll auf mich, Rafa. Der ist voll auf mich, Rafa. Ja, das kann nur jung sein, ey. Also für mich ist das so. Ich hab mir ein kleines Selfpistelchen gekauft, weil ich dachte du da oben bist jung, Rafa. Und da wollte ich mal mit der Helfpistel hochschießen. Ja, ich wollte schon vorher sagen, dass Rafa schon so innocente richtig ist. Ja, ich hätte Cooper schon so oft wegsnacken können. Ich hab's mir so gewünscht, aber ich durfte es nicht. Ich war so oft auf deinem Kopf und stand es halt einfach nur fast rum. Ja, ich hab mich auch sehr frei rumbewegt und alles, weil ich schon mehr... Wo ist er? In dem Turm. In der Mitte. Einige mal. Okay. Ah, keine Chance. Oh Daniel, Alter. Der Detective war in der Nähe und du rotzst mitten beim Detective einen weg, ey. Hab dich nicht gesehen. Ja. Hätte ich vorher schon snacken müssen, Jung, ey. Das war, also... Ja, aber ich hab keine Disco geworfen. Was? Ich hab keine Disco geworfen. Oh, Spaß. Aber ich hab da auch ne Explosion gesehen. Ich hab's auch gesehen. Also ich kann's ja wie gesagt nicht gewesen sein. Nee, ich hab's nicht geworfen. Jung, du hast dich geworfen. Hab ich nicht. Ich hab die Disco nicht geworfen. Ich hab auch am Turm ne Explosion gesehen, also... Deswegen... Ja, ich bin ja durch ne Disco nicht geworfen. Also irgendjemand muss die ja geworfen haben. Hm. Na, wenn nun sein wir drauf, Jung, was. Nett. Er ist der Traitor, Luke. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ja, du warst auch der Einzelne, der da dran war und der die georfen haben kann. Ich hab die aber nicht geworfen. Ich hab die aber nicht geworfen. Ich hab schon oft glasklare Sachen noch denied im Nachhinein. Hm. Ja, jetzt stimmt nicht. Nein. Sub lügt, Sub ist Traitor. Ja. Ja, Sub ist echt Traitor. Okay, kann uns... Die Spectator können doch so confirm. Hat mich alle spectatet gerade eben? Sub, würdest du mich jetzt gerade machen hier? Wieso? Ich weiß nicht mehr, wo du bist. Bist du hier oben oder was? Ja. Okay, weiß ich noch nicht. Seh ich aus, als hab ich einen Radar oder was? Ja. Tut dann aber auch. Wir sehen nämlich gleich aus. Wer hockt da? Der Jung. Deine Mutter hockt da, Alter. Ja. Es ist auch cool, dass die TTT spielt. Na, Jun, was willst du da jetzt auf mich? Ja. Auf dich. Genau, auf dich. Von hier hinten. Der Jung hat eine Discom auf mich geworfen. Von hier hinten werfe ich das auf dich. Ja, was? Ich hab dich irgendwo direkt angemacht. Du willst mir eine Insel da reinwerfen mit Penner. Was ich gerade hab, das werfe ich zurück. Wie eine Insel. Was haben wir da drin? Eine Discombo ist auf der Mapion genauso gefährlich wie eine Insel. Ich hab eine Smok- Ja, ich hab eine Smok dich geworfen. Ja, ich würd sagen, eine Disco ist sogar recht gefährlich, ja. Das geht ja einfach. Ich hab auch eine Smok auf. Hallo Daniel. Ey, das war eine Insel, Dary. Na klar. Ja, das zweite. Aber das erste war eine Smok. Das ist das erste. Das war bestimmt Rafa, die erste. Die wohnen schon wieder was. Ja, Mann, ich werfe immer meine Discos. Du Fixer, Alter. Der wirft einfach eine Insel da rein. Genau hier auf Aua. Du hast mir zum Glück nicht eine Disco gerade hierhin geworfen. Nein. Aber du hast keinen Schaden. Ja, und? Weil ich ausweichen kann. Na doch, du hast einen Schaden. Das war auch noch healthy. Das ist Schaden. Das ist Schaden. Bo Bo, ey. Ich komm jetzt mit meiner Reifel und mach dich einen No-Scope weg. Reifel. Ich warte hier um die Ecke, dass ich dich dann wegschotten kann. Ja, okay. Rafa. Guck, guck her. Ich geh jetzt um die Ecke. Wenn Sub mich killt, dann ist der dat. Ja, Benny ist hier noch. Der hat mir... Du. Ha? Der hat auf mich geschossen, der Wichser. Du hast wieder veraimt. Komm, du hast veraimt. Was ist denn los auf euch? Benny, Benny. Und Sub, Benny. Da geht er nicht hin. Nicht alleine. Daniel sagt nein. Ach, du bobo, ey. Glück. Nein. 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 Ich sag, die Sub, das Combo hat vielleicht noch gezündet, war meine Hoffnung. Die hat mich ja lange gebraucht, um zu explodieren. Echt so. Daniel, was ist denn noch so ein bisschen muted, Alter? Ja, du musst sie grad kurz muten. Ja, hör auf mich zu muten, Alter. Schick deine Freunde alle nach Hause, ey. Das Gangbang hat gesagt. Get your life together, Alter. Das Geilste wäre doch gewesen, wenn... ...Bernian rausgelaufen wäre und dann wäre die Disco gezündet worden. Nee, 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 nee. Ich sag mal, ich hab wirklich keine Disco auf dich geworfen. Das ist echt kein Scherz. Ja, ja, ja. Du bist die letzte Runde, ne? Sub glaubt jetzt gar nichts mehr. Aber, ja, ja. Also, das wirst du mir vielleicht nicht glauben, aber... Der Papa! Papa? Ich hab gesehen, dass du die geworfen hast. Alles klar. Ich find's geil, wie Daniel Bern gesagt hat. Aber Bernie hat dann den Traitor gekillt, läuft. Sicher, dass Bernie den Traitor gekillt hat? Oder hat Daniel vielleicht den Traitor gekillt und Bernie hat den Detective gekillt? Der sagt ja nix, Bernie. Weißt du, da stehen zwei Leute und der sagt nix. Ich hab auf beide geschossen. Weil die hinten einer Reihe entstanden. Auf beide? Ja, weil hinter Daniel wurde geschossen und ich hab jetzt einfach draufgeschalten und... Daniel hat dich gesehen und dachte, du wärst Traitor. Ja. Ja. Im Moment glaube ich, dass wir noch... Also... Erinnert wenigstens... Benni hat wenigstens den Vorteil... Der... Benni ist jetzt nicht der Intrigenmeister. Hat Daniel was gekauft? Hat er was gedroppt? Bernie? So fuck, ich hab's nicht gern zum Pferd. Ja, dann mach's richtig. Wo war das denn alles, Bernie? Oh, der wurde gekillt. Da wurde jemand weggeschrotzt. Ja, der wurde weggeschrotzt. Ich bin hinter dir, Cooper. Toll, dass Bernie sagt, wo er ist. Ja, Bernie ist ein Bobo, Alter. Jetzt holt der Sub wieder, ey. Ich bin hinter dir vorsichtig, Cooper. Ich bin hinter dir nicht erschreckt. Ja, ich weiß. Guck mal, ich frag extra noch, weil ich genau weiß, dass er da noch was abgeben wird. So, Bernie, wo bist du? Und natürlich sagt er nix. Dann kann easy weggesnackt werden. Alter, das ist ne richtige Bobo-Pisserei, Mann. Jetzt ist Sub wieder back und jetzt... Nee, noch nicht. Noch ist er... Fuck, my life. Vielleicht Rafa ist nicht schon aufgekauft. Nee, Sub liegt da noch, okay. Rafa ist da weggegangen. Wo ist denn der? Sub liegt direkt unter den Türmen. Da diese hohen Türmen, wo du grad draufstehst. Da drunter liegt der Sub. Ist klar. Werf den mal runter. Cooper? Ja, ich hab das weggesprengt. Irgendwie steht da oben. Oh, Rafa ist hier hinten bei der Tür. Bei der Tür hinten durch. Cooper, da unter dem Kirschturm. Mach die weg! Oh, Cooper, ist das dein Ernst? Ich hab auch kein Leben mehr, Alter. Der Bobo heilt sich doch. Sorry, Rafa. Dem Kampf geh ich nicht ein. Sehr schön. Sehr schön. Und der Sieg geht mit 34 Punkten an Cooper. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.